Oh, oh mein Gott, I'm so sorry, aber oh mein Gott, Jungkook just killed it. Oh mein Gott, look at... Hi ARMYs, ich bin's wieder eure Melissa Ming und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es ist wieder soweit ARMYs, BTS hat ein neues Lied rausgehauen. Ach ja, wie lange haben wir ARMYs drauf gewartet? Ich meine, das letzte Lied Black Swan war ja noch nie so lange her. Oh mein Gott, it was so smooth, I can't, look at this. Aber ich freue mich deswegen umso mehr, dass die wieder ein neues Lied rausgehauen haben mit einem neuen, hoffentlich tollen Musikvideo. Und zwar geht es um das Lied ON. Big Hit Entertainment vor einer Stunde hochgeladen und hat schon 6 Millionen Klicks. Also ich finde es schon eine gute Leistung. ARMYs, wir müssen weiter streamen. Die müssen in die Trends. Die müssen in die Trends. Ich glaube sowieso, dass die in den deutschen Trends sein werden in ein paar Tagen. Aber Leute, wir müssen einfach wieder einen neuen Rekord schaffen. Und ich habe mich leider schon gespoilert. Oh mein Gott, ich bereue das so sehr, dass ich geguckt habe. Und zwar hat Jimin eine andere Haarfarbe. Yes! That's what you meant, right? Yes! Ich werde euch aber nicht verraten, welche, denn vielleicht habt ihr es ja noch gar nicht geguckt, denn vielleicht habt ihr ja meine Reaction zuerst geguckt. Und ja, Leute, ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich habe es aber nur auf dem Bild gesehen, also kurz in der Thumbnail. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das live jetzt aussieht, also mit einem beweglichen Bild, also Video. Deshalb, let's get started into the music video. Und ich freue mich übelst krass, Leute. Ach ja, und eins vorweg, ich muss das Video schneiden, okay? Viele von euch sagen, oh mein Gott, warum schneidest du so oft? Oder hör auf zu schneiden, lass das durchlaufen. Es geht nicht. Erstens, das Video wird nicht so auf Ohr geschlagen, also ist auf Gelb. Und das ist sehr schlecht. Das heißt, das Video kriegt nicht so viele Views. Und das sehen nicht so viele Menschen. Ich möchte ja, dass das viele Menschen sehen und es viele von euch erreicht. Und zweitens, im schlimmsten Fall, kann es sogar gesperrt werden. Das ist mir auch schon mal passiert und deswegen muss ich es immer cutten. Es tut mir wirklich leid. Wenn ich irgendwann eine Lösung dafür finde, dann sage ich es euch. Ich hoffe bald, aber momentan müsst ihr leider damit leben. So, ich starte mal meine Bildschirmaufnahme. Wisst ihr, was ich mache? Ich gebe mal direkt ein Like. Obwohl ich das noch nicht gar nicht angehuckt habe. Ich würde so oder so ein Like geben. Supporter Army. So, guys. Jetzt starte ich mal meinen Untertitel aus. Weil ich will einfach noch nicht den Text hören. Ich will einfach nur die Musik spüren. Zuallererst. Ich bin so excited, guys. Let's go. Boah, ich liebe dieses Intro. Pick it. My babies are black. Also schwarz angezogen. Okay, das sehen die noch gar nicht. Oh, ich habe doch gesagt, er hat grüne. Nein, ich habe gesagt, er hat eine neue Haarfarbe. Jetzt wisst ihr es. Er hat grün, blau ähnlichen Haar. Oh mein Gott, das sieht so geil aus. Vor allem alles schwarz und er so einfach weiß. Oh mein Gott, guck mal das wie. Er ist auch in weiß. Wow, boah, ey, ganz ehrlich, mit dieser Kette, ey, die ist doch locker so schwer, ey. Ich würde locker so laufen. Guck mal, er hatte was auf der Wange stehen. Was stand da denn? Okay, ich kann das nicht lesen. Irgendwas mit Like? Was steht da? I can't really, sorry. Wow, I love this style. Ich finde es gut, dass die RM so ein anderes Outfit geben. Also in schwarz, weil er ist ja so ein bisschen badass Rapper-mäßig. Ich finde, das sieht einfach mega geil aus. Und seine Haare auf. Oh, mein Schmied. Wow. Oh mein Gott, ey, I'm sorry, aber oh mein Gott, Jungkook just kill it. Oh mein Gott, look. Look at this. Oh mein Gott, guckt euch das an. Ey, sorry, Leute, ich brauche ein Wasser. Hat jemand Wasser oder ein Ventilator? Schaut euch die Szene an. Ihr werdet sterben. Oh mein Gott, he's so pretty. Oh mein Gott, er ist so schön. Also ich finde, er ist nicht hübsch. Also er hört sich komisch an, aber er ist einfach schön. Also so, oh mein Gott, ich kann es nicht beschreiben. Ich finde es schön sogar viel besser als hübsch. Weil hübsch ist so voll ein bisschen Oberfläche. Aber schön ist für mich so total tiefgründig. Und Jimin ist einfach nur schön. Und die haben alle diese Stahlkern. In To Me For Lie, locker sind die voll schwer. Yay. Er hat auch eine andere Haarfarbe, oder? Ähm, I'm sorry, dass ich das jetzt sagen muss. Aber ich finde die Leute im Hintergrund irgendwie unnötig. Also ich weiß nicht. Also nicht unnötig, aber ich finde, die Jungen stehlen die schon mega. Die Show, also wir gucken sowieso nur auf die Jungs. Yay. Sein zweiter Rap-König. Boah, ich fühl seinen Rap so richtig. Also das ist so mit so viel Gefühl. Man denkt so, okay, Rap ist voll oberflächlich. Aber ich spüre da richtig was. Das ist so emotional. Oh mein Gott. Dieser Ton, der ist hey na na na. Oh mein Gott, ist das super? Oh mein Gott. Oh mein Gott, why? Also das Video wäre auch geil geworden ohne die im Hintergrund. Unser Sofsi. Oh mein Gott. Ey Leute, ich heule gleich seine Stimme, ne? Ich muss mir das nochmal anhören. Wie kann man als Typ so eine krass hohe Stimme haben? Er hat sogar eine höhere Stimme als ich. Also wenn er singt, krass. Oh mein Gott. Ich kann nicht. Boah, geil. Ey, geiler Move. Oh mein Gott, I love it. Jetzt kommt ein Solo-Dance. Darf ich raten? Also Solo-Dance, dass die jetzt erstmal nur tanzen. Wow. Die weißen Boys und die Black Clothes Boys. Also die Black Kleidungs Boys kommen immer nacheinander. Man sieht schon, guckt in dem Video schon viel. Oh, ein Orchester im Hintergrund. Okay, er ist nicht ganz schwarz. Er ist ein bisschen blau. Wie mich das anhört. Oh mein Gott, I'm just white. Ey, oh mein Gott, warum müssen die so... Warum müssen die diese Tank-Tops immer tanzen? Ey, das ist einfach so sexy. OMG, I can. Oh mein Gott. OMG. Oh, Leute, ist euch auch so heiß hier? Oh mein Gott. Ey, das war ja sowas von ein krasses Video. Oh mein Gott, ey, es war auch heiß, süß, schön. Alles zugleich einfach. Vor allem die Jungs switchen mega oft zu pink und schwarz-weiß. Also erstmal so ein bisschen softer und dann so badass und dann soft und dann bad. So soft-bad die ganze Zeit so. Hi, guys. Mein Name ist B. Hey, I'm a good boy. Well, I'm not gonna argue with that. Who's a good boy? I'm a good boy. Aber ich finde es eigentlich gut. Ich mag sogar dieses Bad mehr. Bad Boys-mäßige. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Natürlich mag ich auch die softe mit den pinken Klamotten. Aber ich finde, dieses Bad steht denen einfach mehr. Als die deren Debut hatten, war es ja eigentlich auch so, so wie wir die kennengelernt haben, war ja eigentlich auch so Bad-Boy-Image-mäßig. Was mir aufgefallen ist, man hat Jungkook in dem Video mega oft gesehen. Also ich meine sogar am meisten von allen. Vielleicht habe ich es mir einfach nur eingebildet. Aber ich meine schon vor allem zum Schluss, wo die so die Tanzmus und so hatten, hatte er ja immer Close-Ups und alles. Ich muss mich erst mal einkriegen, Leute. Das Video war einfach so hot. Wie fandet ihr das Lied denn? Und streamt fleißig weiter, damit unsere Jungs ganz viele Views haben. Und ja, Leute, schreibt mir gerne unter die Kommentare, wie ihr das Lied fandet. Ich denke aber gut, weil wer findet sowas denn nicht gut? Lasst mir gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert mir gerne auf YouTube. Macht die Glocke, um nichts zu verpassen. Folgt mir auf Instagram, um ebenfalls nichts zu verpassen. Und ich freue mich so sehr auf deren Comeback. Und ich freue mich einfach noch mehr auf deren nächstes Lied, obwohl das Lied ja gerade draußen ist. Aber ich denke, die werden bestimmt noch mal einen Gastauftritt irgendwo haben. I don't know wo. Aber dann werde ich natürlich auch wieder am Start sein, Leute. Ich bin ja immer für euch da, wenn es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Deswegen noch ein Grund mehr, um mir auf YouTube zu abonnieren. Und ja, Leute, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Amis.